Guten Morgen, Mittag oder Abend und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Podcast von mir moderiert Pinoconella aus der Kantonsschule Reusbühl in Luzern. In diesem Podcast werden wir um das Thema Umweltschutz reden und genau in meinem Podcast hier, es ist eben ein allgemeines Schulprojekt, was finanziert wurde, ist von der Schule und Kultur in Kanton Luzern und die Albert-Köchlin-Stiftung. Es ist ein ganzes Schulprojekt, wie eben vorhin erwähnt, es gibt mehrere Podcasts und unser Podcast hier, oder besser gesagt dieser hier, wo ihr gerade hört, beschäftigt sich mit der folgenden Frage. Vegan leben nur um das Klima zu retten? Sollte man das oder nicht? Darüber werden wir in diesem Podcast jetzt mal ein bisschen diskutieren. Und ja, beginnen wir doch einfach mal. Es ist so, dass der weltweite Durchschnitt an CO2 pro Jahr, wo ein Mensch produziert, ganze 7,41 Tonnen sind, was jetzt weltweit ist, eben wie vorhin gesagt, und es ist gar nicht mehr so viel, muss man sagen, also wir sind eigentlich schon gut irgendwo dabei, wenn das so jetzt der weltweite Durchschnitt ist. Doch wir haben ein bisschen ausgetestet, wie man jetzt mit dem sogenannten WWF-Footprint-Rechner, kann ich euch allen empfehlen, da konnte man eben nachgucken, wie viel CO2 man wirklich dann auch selbst produziert. Wir haben ein paar Versuche gemacht und uns mal ein bisschen überlegt, wie ist es, wenn man vegan lebt? Wie produziert man CO2, wenn man einfach vegan lebt oder wenn man sich sozusagen komplett für die Umwelt interessiert und wirklich auf viele Sachen verzichtet? In unseren Tests haben wir mal das genau angeguckt und es ist so, dass eine vegane Person, welche keinen öffentlichen Verkehr benutzt und in einem sehr engen Raum lebt, also wirklich so unter 30 Quadratmetern eine Einzimmerwohnung, wo wirklich nichts allzu besonderes ist und seine Wohnung sogar mit Holzpalais bis zu 17 Grad erhitzt, wenigeres bei Restaurants bestellt oder eigentlich mal isst und fast keine Elektronik benutzt und alleine lebt, produziert eine solch Person 3,66 Tonnen CO2 pro Jahr. Man kann schon mal sagen, weil es der vegane oder auch vegetarische Lebensstil schon um einiges abnehmen kann, also an der CO2-Produktion, wo man selbst produziert. Doch kommen wir wieder zur Frage zurück, vegan leben, um das Klima zu retten, sollte man das? Wir können schon mal sagen, dass man nicht vegan leben muss. Vegan ist eigentlich schon eher so einen eigenen Lifestyle, welcher viele Menschen auch nehmen, um zum Beispiel eben wegen dem Tierwohl, was ihnen sehr wichtig ist. Doch viele Menschen essen ja immer noch Fleisch oder allgemein tierische Produkte und da stellt sich ja die Frage, wie kann man jetzt etwas dazu beitragen, dass man selbst wirklich nicht allzu viel CO2 produziert. Und zwar an der Ernährung einfach ein bisschen rumschrauben. Es ist so, dass wirklich viele Menschen auch wirklich zu viel essen an Fleisch oder allgemein tierischen Produkten. Es ist einfach ein bisschen runterschrauben. Also man sollte schon gucken, dass man nicht vielleicht jeden Tag etwas Großes, Fleischiges zu sich nimmt. Einfach ein bisschen runterschrauben, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Gemüse nehmen, aber auch nicht komplett. Wichtig zu erwähnen ist, dass ich selbst nicht vegetarisch oder vegan bin. Ich bin selbst... Gibt es überhaupt eine Beschriftung für uns? Ich bin selbst, esse ich auch Fleisch und allgemein tierische Produkte, ich liebe, Milcheier, alles. Wir haben aber auch allerdings einen Versuch gewagt, zu testen, was ist denn so das Maximum, was man an CO2 produzieren kann pro Jahr. Wie wir mit dem WWF-Footprint-Rechner herausgefunden haben, kann man bei einer Extreme, darunter versteht man, dass man wirklich drei Mann täglich immer Fleisch zu sich nimmt und sogar im ganzen Jahr über 50 Stunden fliegt und auch über 30.000 Kilometer fährt, kann man schon tatsächlich bis zu 60 Tonnen CO2 pro Jahr produzieren. Wir haben das jetzt einfach nur mal so zum Spaß gemacht. So, was kann man wirklich am Maximum ausgeben? Davon da fragt man sich, welche Person gibt überhaupt so viel aus? Ich kann schon mal sagen, dass Leute, welche im Business arbeiten, haben vielleicht schon mal öfters das Problem, da sie viel rumfliegen und rumfahren müssen, dass sie relativ sehr viel CO2 produzieren. Dort kann man halt vielleicht nicht so viel ändern, außer, dass man vielleicht, wenn man jetzt selbst viel Auto fahren muss, könnte man vielleicht auch mal nicht Auto fahren und einfach mal den öffentlichen Verkehr benutzen, das bedeutet Bus oder Zug, was auch immer, Tram, Tram, alles geht, könnte man verwenden, daher das ein bisschen umweltfreundlicher, nicht schützender. So viel schon mal zum Bereich der Ernährung. Doch nicht nur die Ernährung selbst kann eben viel CO2 produzieren. Also wir haben ja schon jetzt andere Themen angeschnitten, wie Reise und Transporten, das Ganze. Doch es gibt auch noch so andere umweltfreundlichere Themen, wo wir hier ansprechen können. Zum Beispiel gibt es hier auch noch das allgemeine, nachhaltige Leben. Darunter verstehen jetzt zum Beispiel mal Mülltrennung. Das ist noch nach meiner Meinung sehr wichtig. Man kann nämlich ja Müll trennen, wie sagt auch das Wort. Und zwar in so vielen verschiedenen Bereichen. Es ist wirklich wichtig, dass man nicht alles in einen Müll schmeißt. Zum Beispiel Papier entsorgt man auch in Papiermüllheimer dann, oder Karton hat auch seinen eigenen Platz. Dosen und Co. auch, so genau wie Glas. Dann auch eben der Grünabfall, das ist sehr wichtig. Und auch sehr wichtig ist, dass man, wenn man PET-Flaschen hat, sie richtig entsorgt. Daher PET-Flaschen sind ja recycelbare Flaschen, welche einfach wiederverwendet werden können. Und das ist eine von diesen Sachen, wo sehr umweltfreundlich ist. Und man sollte schon gucken, dass man vielleicht so Kleinigkeiten wie das, wie dies beachtet. Das finde ich jetzt persönlich noch so empfehlenswert. Ich weiß, du bist vielleicht gerade im Bus und es gibt da keinen PET-Mülleimer. Trotzdem, warte einfach, steck dir die Flasche einfach kurz mal in den Rucksack oder wo auch immer hin. Und warte einfach, bis du den nächsten PET-Mülleimer findest und entsorge dann deine Flasche dort. So, das finde ich ist eben noch so eine Kleinigkeit, wo man sicher mal machen könnte. Ein anderes Thema ist Online-Bestellen. Online-Bestellen ist sehr gemütlich, geht einfach, aber man sollte es einfach nicht zu oft machen. Ich selbst mache das jetzt nicht wirklich zu oft. Bei mir hat das aber auch sogar den Grund, weil ich einfach allgemein nicht gerne online bestelle. Ich würde schon euch einen Tipp geben, bestellt nur etwas online, wenn es wirklich nicht in einem Laden verfügbar ist. Ich finde es zum Beispiel sehr unnötig, wenn man sich Lebensmittel aus einem Supermarkt liefern lässt. Natürlich, es hat schon seine Gründe, dass man so einen Service anbietet, aber nur für vielleicht ältere Personen, welche einfach nicht mehr allzu fit sind. Oder falls man selbst vielleicht einfach nur gekränkt ist. Aber wenn man topfit ist und würde ich schon sagen, bestellt euch wirklich bestens nie wirklich Wetter. Außer eben, wenn es vielleicht nicht in einem Laden verfügbar ist. Genauso wie Kleidung. Ich meine, ist Kleidung so wichtig? Also natürlich, Kleider machen Leute, aber Kleider bestellen finde ich ein bisschen komisch. Ich meine, man muss das Zeug ja auch ein bisschen anprobieren. Und es ist auch so, dass das wirklich extrem ist, dass oft, wenn man Kleider bestellt, sie einem nicht passen oder einfach nicht gefallen. Und dann schickt man sie wieder zurück. Und dann kommen wieder neue. Du wolltest nur ein Kleidungsstück und musstest dafür allerdings dreimal, sozusagen, musste der Postbote für dich rumfahren. Anstatt nur einmal. Einmal kommt er an, um dir das zu bringen. Dann gibt es wieder zurück. Dann fährt er wieder zurück. Dann kommt er wieder mit einem neuen Produkt an. Und da hat man das dann schon. Und es ist einfach wirklich so ein bisschen das halt. Ein anderer sehr guter Punkt ist, dass man Produkte, welche man aus dem Supermarkt, zum Beispiel Lebensmittel eben, dass die aus der Region sind. Es gibt natürlich so exotische, zum Beispiel Früchte oder so Bananen, die wachsen jetzt nicht unbedingt bei uns in der Schweiz. Aber diese sind natürlich klar, dass man diese importieren muss. Aber man sollte es wirklich einfach aus der Region holen. Vielleicht ist es teuer. Vielleicht gibt es auch Produkte aus der Region. Gibt es halt auch nur zu bestimmten Jahreszeiten. Aber immerhin, man kann so Abwechslung schaffen. Und das finde ich echt nicht mal so schlecht. Also dort kann man sicher auch mal etwas machen. Nun kommen wir auch noch zu einer kleinen Meinung. Und zwar, auf was man verzichten und aber besser gesagt auch vermindern kann. Auf die man eben verzichten könnte oder einfach nur vermindern. Es geht eben so, was ja immer mehr und mehr zunimmt, ist ja jetzt die Modernisierung. Kann man da so nennen, ja. Es ist ja so, dass unser Alltag auch immer mehr mit technischen Geräten geprägt ist. Und jeder hat mittlerweile schon so ein Handy. Ab irgendeinem gewissen Alter ist es ja wirklich immer so. Und da ist die Frage, kann man auch bei der Elektronik sparen? Kann man dort irgendetwas vermindern? Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist, man kann auf Elektronik heutzutage auch nicht mehr wirklich verzichten. Daher wir wirklich, unser Alltag ist einfach nur geprägt davon. Und, aber man kann auf jeden Fall vermindern. Das ist so die Sache, wo man machen kann. Zum Beispiel einfach mal, naja, sich nicht jedes Jahr ein neues Handy holen. Was sowieso auch einfach nur ein bisschen, naja. Aber, ich meine, das neueste iPhone, ja schön und gut, aber es kommt nicht wirklich. Also, wir müssen das alle irgendwann mal begreifen. Auch das neueste iPhone bringt nicht wirklich so viele nice Funktionen mit, welche das iPhone 8 oder so beinhalten. Also, es ist immer das gleiche. Man muss sich nicht unbedingt jetzt das Neueste holen. Ich würde sagen, vielleicht alle drei Jahre oder so ein neues Handy. Aber kommen schon nicht jedes neues Jahr, nur weil ein neues Produkt auf den Markt kommt. Also, man kann schon auch bei solchen Gebieten an dem sparen. Also, an Handys und so. Wir haben jetzt wieder im Bereich von Gaming kommen. Und darum geht es, seinen Computer ein bisschen aufzurüsten. Ja, ist ein bisschen etwas anderes wiederum. Aber auch dort sollte man ein bisschen Rücksicht darauf nehmen. Kommen wir wieder mal kurz zurück noch zum Thema Bereich Supermarkt. Was man auch immer gut machen kann, ist, dass man vielleicht, also wenn es jetzt etwas, wenn man jetzt etwas zu trinken möchte holen und vielleicht diese Plastikflasche nicht PET ist, also nicht recycelbar, dann sollte man vielleicht gucken, soll ich mir das jetzt wirklich gönnen oder soll ich mir vielleicht trotzdem lieber eine PET-Flasche gönnen oder auch Getränke im Tetra-Pack oder auch einfach in Glasflaschen sind eben auch eine gute Lösung. Also, da kann man auch etwas für die Umwelt tun, indem man einfach Rücksicht nimmt, ob man Produkte in Plastik kauft, ob das Plastik überhaupt recycelbar ist oder so. Das ist schon noch so ein Teil, wo man auch sehr gut etwas für die Umwelt tun kann. Ein anderes Ansprechthema ist noch folgendes, und zwar Wissen und Handeln. Das ist nämlich ein Fakt, und zwar geht es ein bisschen um diesen kleinen Fakt, darum werden wir kurz diskutieren, warum handeln so wenige Menschen wirklich etwas gegen diesen Klimawandel oder allgemein gegen den Umweltschutz. Denn es ist jetzt nämlich so, dass viele Menschen wirklich wissen, dass unsere Umwelt eigentlich kurz vor einer Katastrophe ist. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie wissen, es ist den meisten Menschen wirklich bewusst, dass wir Klimawandel haben und dass das zu einem großen Problem wird. Oder allgemein die Verschmutzung der Umwelt. Doch warum machen sie nicht wirklich etwas dagegen? Der Grund, warum die Menschen nichts wirklich dagegen unternehmen, ist nämlich der Single-Action-Bias. Was das ist, werde ich euch auch nämlich gleich erklären. Der Single-Action-Bias ist nämlich ein sehr großes Problem. Und zwar ist es so, dass wenn wir uns unwohl über der Klimakrise fühlen, reicht oft eine einzelne Handlung, um sich besser zu fühlen. Zum Beispiel esse ich wegen dem Klimawandel heute kein Fleisch. Aber morgen mache ich das wieder. Die Leute sind sich dann bewusst, oder besser gesagt nicht bewusst, dass es wirklich nichts wirklich viel bringt. Okay, ja, heute esse ich kein Fleisch und dann fühlen sie sich besser. Sie denken, sie haben wirklich etwas Großartiges gemacht, jetzt für den Klima, gegen den Klimawandel und allgemeine Umweltverschmutzung. Ähm, und fühlen sich einfach dadurch sehr gut und werden deswegen die nächsten paar Tage nichts mehr machen, weil ich habe ja etwas schon getan dafür. Doch, ähm, das bringt sie eben nicht. Und das ist eben diese Single-Action-Bias. Das ist so ein, einfach so ein, das ist ein bisschen, so ungefähr. Man fühlt sich einfach besser, weil man denkt, man hätte etwas getan, obwohl es wirklich nur eine ganz kleine Kleinigkeit ist. Und schlussendlich nicht wirklich viel der Umwelt bringt. Sie denken einfach ein paar Tage dann nicht mehr über den Klimawandel nach und vernachlässigen einfach alles. Ein anderer Grund kann auch sein, ist so die sogenannte Verantwortungsdivision. Ähm, das ist nicht mal so schwer zu erklären. Es ist so, dass viele Menschen auch denken, es gibt so viele Menschen, warum sollte ich die Aufgabe übernehmen? Das kann doch jemand anderes machen. Und das passiert auch leider ein bisschen zu oft. Die Menschen sagen einfach, das sollte jemand anderes übernehmen. Und, ähm, das kann auch so weiter ändern, dass fast niemand übernimmt. Und wenn es jemand übernimmt, ist nur eine kleine, ein kleiner Teil von dem Entscheid ist. Und das ist eben auch so ein sehr kritisches Problem. Und man sollte wirklich sagen, nee, ich muss auch meinen Beitrag zu dem leisten. Egal, ob der riesig ist, sobald man immerhin einen kleinen Beitrag erreicht hat, hat man immerhin etwas erreicht. Das ist, ähm, so mal etwas. Man kann auch eben auf so sehr viel, es gibt auch sehr viele unnötige Plastikprodukte. Oder besser gesagt, es ist nach meiner Meinung jetzt ein bisschen unnötig. Zum Beispiel sind es Zahnbürsten. Ich meine, okay, wobei, Zahnbürsten kann man immer noch verstehen. Aber warum müssen die wirklich unbedingt aus Plastik bestehen? Ich meine, es gäbe ja nachher auch andere Lösungen dazu. Oder auch ein sehr, sehr beliebt sind Ohrenstäbchen. Die bestehen zwar heute nicht mehr wirklich so aus Plastik, doch es gibt vielleicht trotzdem noch für einzelne solche Varianten, dass Ohrenstäbchen auch noch aus Plastik bestehen, was auch ein bisschen unnötig ist, wenn man es auch anders machen kann. Das machen zwar vielelei Ohrenstäbchenmarken, haben zwar mittlerweile auch irgendwie jetzt kein Plastik mehr verwendet, sondern einfach nur noch ganz normalen Karton. Also Karton, Hartkarton, ist trotzdem noch ein bisschen weich, aber ja. Und es ist einfach auch mal so eine Sache. Und das wäre es dann auch schon mal gewesen mit unserem kleinen, aber kurzen Podcast. Er ging zwar nicht allzu lange, doch ich hoffe wirklich, dass ich vielleicht mit diesem, auch wenn er vielleicht nicht der Beste ist, mit diesem Podcast es vielleicht doch etwas erreicht habe. Und zwar, dass vielleicht gewisse Leute zum Denken ein bisschen angestoßen habe, was sie genau so machen für die Umwelt. Und ja, vielleicht werdet ihr jetzt ein paar Leute auch wirklich darauf anspringen und auch in jedem ein bisschen nachhaltiger Leben. Mal gucken, dass man vielleicht irgendwie gesagt weniger bestellt oder einfach öfters mal mit dem Fahrrad zur Schule kommt oder so. Und eben auch einfach allgemein im Supermarkt ein bisschen genauer gucken, von wo das Zeug kommt und wie das genau einverpackt ist. Oder einfach mal auf etwas verzichten oder eben ein bisschen die Ernährung vermindern. Dann bedanke ich mich jetzt wirklich für das Zuhören und noch jetzt ein bisschen die Credits hier. Das Projekt, dieser Podcast ist Teil des Projektes Umweltschutz im Ohr, ist ein Programm des mobilen Kulturvermittlungsangebotes, das fahrende Tonstudio. Das Projekt wird durch Schule und Kultur im Kanton Luzern und die Albert-Köchli-Stiftung mitfinanziert. Wir hoffen, dass Sie die Unterhaltung genossen haben und empfehlen Ihnen, die Podcasts unserer Mitschüler und Mitschülerinnen auch anzuhören. Daher Sie eben auch andere Themen haben, welche genauso interessant sind. Ich wünsche dann noch allen, die jetzt mitgehört haben, noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und das wäre es gewesen von meinerseits. Danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020